Den grünen Pass gibt es nun auch als App. Das und noch weitere gute Nachrichten haben wir jetzt hoffentlich in unserem Meldungsüberblick. Den grünen Pass gibt es jetzt auch als App. Im Moment nur für das iPhone. In Kürze soll sie aber auch für Android kostenlos verfügbar sein. Die App Grüner Pass soll etwa den Restaurantbesuch oder das Reisen erleichtern. Sie zeigt an, ob man getestet, geimpft oder genesen ist. Für Veranstalter und Gastronomen gibt es den sogenannten Green Jack. Mit dieser Anwendung können sie den 3G-Nachweis der Gäste kontrollieren. Ab morgen kann man sich am Wiener Rathausplatz ohne Voranmeldung unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen. Während des Filmfestivals steht täglich zwischen 17 und 22 Uhr eine Impfbox zur Verfügung. Für alle über 18 Jahre gibt es den Impfstoff von Johnson & Johnson. Für alle unter 18 Jahren wird der Impfstoff von BioNTech-Pfizer angeboten. Der Zweitstich erfolgt in diesem Fall dann im Austria Center Vienna. Im Fall der Tötung eines 13-jährigen Mädchens in Wien-Donau-Stadt geht die Polizei davon aus, dass die Jugendliche mehrfach missbraucht worden ist. Drei mutmaßliche Täter bzw. Mittäter befinden sich in Haft. Verfassungsministerin Caroline Etzstadler denkt indes wieder über das Thema Sicherungshaft nach. Man müsse sich überlegen, besonders gefährliche Rechtsbrecher zu verwahren, so Etzstadler. Für rund 490.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten heute die Sommerferien. Wieder geht damit ein Schuljahr zu Ende, das aufgrund der Corona-Pandemie von Schulschließungen, Distance-Learning und Schichtbetrieb geprägt war. Die Kinder und Jugendlichen in den westlichen Bundesländern starten dann nächsten Freitag in die Ferien. 130 Länder haben sich auf eine umfassende Steuerreform geeinigt. Künftig soll es eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent geben. Die Rede ist von einem kolossalen Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit. Auch Finanzminister Gernot Blümel zeigt sich erfreut. Bei der Fußball-EM startet heute das Viertelfinale. Acht Teams sind noch im Rennen um den Titel. Um 18 Uhr spielt heute Spanien gegen die Schweiz. Um 21 Uhr treffen Belgien und Italien aufeinander. Morgen gibt es dann zwei weitere Spiele.